Was das Thema Krafttraining angeht, für deine Regeneration? Also Regeneration ist ja sehr wichtig, einfach weil wir so viel Training haben für alle möglichen Athleten, ob es jetzt Mehrkämpfer, Sprinter oder Werfer ist oder sowas. Aber wir haben immer sehr sehr gute Trainers, die helfen uns mit wirklich allem was wir brauchen. Jedes Mal, wenn irgendjemand im Stadion ist oder trainiert, müssen ein paar Trainer, also Trainers da sein. Und die haben da so einen Raum, wo die so ein paar Ligen haben und da haben sie alle möglichen Mittel, Tools und was weiß ich, so dass die sich behandeln können. Und dann haben wir auch z.B. ein Kältebecken und ein Wärmebecken in unserem Fieldhouse, was da direkt unser Haus ist neben dem Track. Und dann haben wir auch noch ein Kälte- und ein Wärmebecken im Kraftraum unten. Und im Kraftraum, wo wir auch immer so liften und so, da haben wir drüber im Stock auch nochmal so eine medizinische Area.